hallo und willkommen auf meinem kanal sieben tage gaming ich bin der stefan und heute spielen wir wieder green hell und ich zeige es euch auf der map das letzte mal habe ich mich ja hier ausgelockt und zwar wir sind da unten und habe ich ja noch mal eine kletterstelle entdeckt und ich würde sagen da gehen wir jetzt mal rauf das sie haben wir ja schon gesehen das letzte mal und wie sieht es eigentlich mit meinen werten aus perfekt wir haben 8 uhr 27 28 ich würde sagen wir gehen mal rauf und die kletterstelle war nämlich da hinten und das würde ich mir nämlich gerne noch mal anschauen was da ist vielleicht gibt es ja hier was zu entdecken morgen nehmen wir mit und den knochen nehmen wir auch mit für ein süppchen so wo ist jetzt da ist die kletterstelle da gehen wir jetzt mal rauf so nehmen wir den speer in die hand wir laufen bestimmt wieder skorpione rum stein ich nehme einen mit was ist hier und hier ist wieder eine kletterstelle ist sie schon eingezeichnet ich bin mir nicht sicher vielleicht verlassen wir hier auch wir sind unten riesige spinne und nehmen wir mit was läuft hier man sie nehmen können wir doch gleich wieder ein verband machen wohl wir haben ja schon zwei macht nix ach so ich habe keinen platz gehen dann kann der knochen raus dann machen wir den verband herstellen gut das kann auch raus die federn würde ich gerne behalten lassen wir mal was ist denn da vorne da ist ja so ein richtiges plateau ich bin mir gar nicht einmal so sicher ob wir hier nicht doch in den neuen abschnitt kommen wenn ich jetzt da runter gehe ich weiß halt nicht wo wir da hinkommen da ist die kletterstelle hoffentlich finde ich da wieder hin schauen wir mal auf die uhr 41 29 41 29 hier geht es ganz schön weit runter hier ist wieder eine oase ich glaube ich bin hier schon in einem anderen karten abschnitt ich soll vielleicht doch wieder zurück gehen da bin ich schon so weit ich möchte noch auf der alten map möchte ich noch ein bisschen was entdecken so ich muss auf alle fälle da rauf ja ja na ich geh wieder zurück so hier war ja kein skorpion ne ok gehen wir da wieder runter so dann müssten wir da runter genau hier ist die kultstätte ja hier brennt sogar noch mein feuer da schauen da kann ich auch noch mal ein feuer da könnten wir doch da könnten wir doch passen wir mal auf feuerbrett wir haben doch hier eine spinne genau die brutzeln wir mal und was ist das sauber guck mal schaule die nehme ich aber mit die können wir noch brauchen da sind wir soweit auch gut ja wie viel uhr haben wir 11.38 die werte sind eigentlich noch perfekt ich warte jetzt noch auf die spinne ich habe schon lange keine spinne mehr gegessen jetzt essen sechs proteine ok die essen wir auch noch was ich selber dass es dem morgen wieder gut geht so und die zwei die nehmen wir noch mit und jetzt würde ich sagen gehen wir da hinter speichern nochmal das ganze ab tag 19 und dann gehen wir da runter so und wenn ich jetzt auf die map schaue wir sind ja hier da ist der fluss und so wie es aussieht ist hier irgendwie ein durchgang dass wir mal in dem bereich dahinter kommen und das will ich mir anschauen so da hängen noch ne hängen keine da unten ist der fluss genau kommen wir hier rüber wunderbar ein super schönes bild auto da ist eine höhle aber ich komme ja nicht runter ne hey das wäre doch der ideale platz für eine base für eine kleine schicke base da müssen wir hier runter na komm oh oh Mann hat der mich jetzt erschrocken essen ah hier sind noch zwei Arte neuer Ort ok 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 dann gehen wir da mal rein würde ich sagen aufpassen auf skorpione oder schlangen da vorne läuft einer ich nehme mal mit ok das war's ok das war's mir geht es nicht weiter aber hier ist eine eisenader und ich glaube die kann ich nicht abbauen ne aber hier geht es nicht weiter ok dann müssen wir das auch da liegt doch bestimmt noch eine zweite hier nicht dass hier wieder irgendwo so zum klettern was ist klettern ne hier komme ich nicht drauf hier komme ich nicht drauf jetzt schauen wir mal auf die map ich ich müsste jetzt hier irgendwann mal zu so einem durchgang kommen ne ah früchte gibt was zum trinken das könnte der durchgang der durchgang sein drinkend nicht ok ich komme ja nicht raus ne nein oh hier ist was aber der neuer ort das ist jetzt hier gibt es hier irgendwas zum entdecken wüsste was da gehen wir jetzt wir sind mutig da gehen wir rauf da schwebt was in der luft ok ok da ist der balken so und hier hier geht es wieder karte neuer ort ok das ist dann die höhle hier kannst deine konstruktion zerstören indem du mit einer waffe was ok leute da unten ist was jetzt auf die map schauen also wenn ich jetzt hier so geht in dem bereich war ich ja schon das habe ich gefunden aber in dem bereich war ich glaube ich noch nicht also ich würde sagen wir halten uns an die felswand und ich habe doch da gerade da ist eine spinne sieht sie mit den werten aus eigentlich noch gut essen kräuterverband ich hätte ja ein paar ich glaube den lasse ich den lasse ich jetzt mal ok sind wir auch voll man muss hier so aufpassen wenn der kleiner höhleneingang ist sind überläuft man so schnell ok da ist nix ok da ist nix oh gibt es heute schlange zum abendbruch und kann ich die nicht mehr nehmen 16 uhr ich sollte mir hier vielleicht hier gibt es palmerblätter räume sind auch da ich würde sagen das ist eigentlich eine gute stelle um wieder unser shelter aufzubauen so da brauchen wir drei lange mal doch hier machen wir den hier auch gleich noch so einmal zweimal und einmal palmblatt 13 stücke machen wir die hier gleich mal weg halt ne machen wir es erst den hier weg bevor hier irgendwas böses kommt na ich kriege hier auch noch und regnen tut es auch schon wieder es fehlen noch zwei stück machen wir den da hinten einmal zweimal so und können wir gleich mal speichern hier gespeichert ist und dann würde ich aber trotzdem hier noch das feuer weil da ist jetzt so eine schöne stelle würde ich sagen bauen wir uns hier normales gestell auf so so brauchen wir ein paar baumstämme zwei das wollte ich eigentlich nicht aber okay dann liegen hier die langen den kann ich nicht umhauen ich glaube aber den da hinten kann ich noch umhauen so eins und zwei bauen wir halt wieder unser alt bewährtes system so so dann machen wir die langen ne einmal zweimal und hier müssen aber auch noch welche sein dreimal 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 müsste eigentlich hier noch einer liegen drüber und dann machen wir noch das dach das machen wir wieder als palmenblättern würde ich sagen Und da liegen ja genügend rum. Ah, Plattform. Ein anderen Blatt. Palmblatt. So, und da liegen ja genügend. Rauf damit. Noch 10 Stück. So, dann brauchen wir noch 7 Stück. So, wo ist die nächste Palme? Da vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir 6 Trauben? Noch 1. Ein Blatt. Sehr schön. Und jetzt noch eine Feuerstelle. Und dann können wir schon wieder loslegen zum Brutzeln. Ähm, Essen. Ne, Essen. Feuerstelle schön in der Mitte. Stock fehlt. Okay, wir sind voll. So, dann machen wir jetzt erst mal Feuerchen und dann untersuchen wir uns. Oh, hoffentlich ist es nicht so müde. Shit! Oh, shit. Okay, wir müssen schlafen. Ungern, aber okay. So, jetzt ist er auf alle Fälle ausgeruht. Feuerchen. Skorpion. Skorpion. So, das lassen wir jetzt mal brennen. Und jetzt untersuchen wir erst mal wieder unseren Körper. Die Rüstung blenden wir aus. Irgendwo haben wir hier Blutegel. Da ist einer. Okay, das war's. Sehr schön. Ich sehe gerade, kriege ich hier Morden raus. Aha, hier kriege ich also eine Laufe raus. Sehr schön. Das können wir essen. Das hier auch. Gut, wie sieht's aus mit unseren Skorpionen? Gekocht. Gekocht. Essen. Ja, wir könnten eigentlich trinken. Oh, das ist leer. Nehmen wir hier mal eine Schale hin. Und hier auch. Da machen wir unseren Knochensüpple. Schauen wir mal, war hier nicht irgendwo Wasser? Also, hier ist eine Pfütze. Ich bin jetzt gespannt. Ne. Geht leider nicht. Trinken. Dann komme ich hier auch wieder hoch. Ja, da muss ich, da muss ich mein abgekochtes Wasser nehmen. So, einmal hier rein. Und da machen wir noch ein Knöchle rein. Wie sieht's denn aus? 90. Okay, da machen wir hier auch noch rein. Und einmal trinken. Und hier machen wir auch noch ein Knöchle rein. Wie sieht's denn mit den Werten aus? Bis auf Augeiß. So. Trinken. Obt ihr ihn? Trinken. Ja, das passt schon. Die Kokosnüsse lasse ich aber jetzt da, würde ich sagen. Irgend den einen Saumann. Aber jetzt passt's. So, ein bisschen schlichten. Die kommen da oben hin. Gut. Drei Kokosnuschollen. Wir haben ja jetzt noch Platz. Dann nehmen wir die auch noch mit. Gut. Speichern. Wer weiß, vielleicht können wir es ja irgendwann mal brauchen. Das Feuer können wir brennen lassen. Dann schauen wir gleich einmal. Müsste ja irgendwo hier am Rand sein. Nimm mal den Speer in die Hand. Uhrzeit. Sieben Uhr. Es müsste also eigentlich bald Höll werden. Pilze essen. Pilze essen. Pilze essen. Wer hat sich erschreckt. Hier ist eine Kletterstelle mehr. Was? Neuer Ort. Was ist denn das hier? Hm. Sieht aus wie ein Flugzeug. Da ist es. Da oben hängt der Rest anscheinend. Und eine Höhle. Gibt es hier irgendetwas für mich? Nein. Komm, da gehen wir rein. Warte, neuer Ort. Okay, ich setze die Höhle. Also wir sind jetzt hier. Holzbett. Instant Kaffee. Nehmen wir mit. Obsidian. Kokosnussschale. Das regnet doch, oder? Komm, ich stelle dir meine Schalen auf. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Man kann es schön reinregnen. Und die hier, die knacken wir. Komm. Nehmen. Nehmen. Essen brauchen wir noch nichts. Die brauchen wir nicht. Die sind leer. Genau. Dann könnten wir nämlich. Das ist ja sauberes Wasser. Könnten wir das hier vielleicht wieder auffüllen. Fünfmal 50. Sechzig. Nehmen wir 70. Nehmen wir 80. Nehmen wir 80. Oh, jetzt habe ich das wieder entleert. Trinken, trinken. Jetzt müsste es doch wieder gehen. 98. 98. 100. Die ist auch leer. 15 30 Okay, die ist auch fast voll Passt, mit sauberem Wasser vor allem Jo Warten wir noch ein bisschen Jetzt hat das regnen aufgehört Nehmen Also gut, aber hier ist ja nicht mehr Kann ich hier Komme ich hier hoch Zu dem Flugzeug Ne, aber hier liegt ja nichts Nicht, dass ich irgendwas jetzt übersehen habe Der hat auf alle Fälle Einschusslöcher Das Flugzeug wurde abgeschossen Aber hier liegt nichts rum Essen Ne, hier ist nichts Dann würde ich sagen Geh mal einfach mal Ja Ich würde sagen Hier machen wir einen Cut Und Wir machen uns wieder Auf die Reise Im nächsten Video Schönes Bild hier Zum Abschluss Danke fürs Zuschauen Servus Bis zum Abschluss Bis zum Abschluss